hallo liebe youtuber ganz herzlich willkommen im neuen video und es geht heute um gladiolen und das ist jetzt nur eine blüte hier sind die anderen die so richtig schön groß sind eine von euch hat sich das gewünscht und ich mache daraus ein schönes sommerliches gesteck mit dresden mehr infos gibt es nach der intro zuerst mal möchte ich euch einen kleinen rückblick geben auf das letzte video wir haben uns mal ausnahmsweise nicht mit blumen über wasser mit blumen beschäftigt sondern mit unterwasserpflanzen mit diesen wunderschönen pflanzen die man sich hier so im glas kultivieren kann und man man sieht auch hier wir haben das hier im laden gemacht über auf unsere kamin attrappe auf unsere neue gestellt und haben da steinchen rein im glas und die genaue anleitung die habe ich im letzten video gegeben wie das geht und die gehen also entweder so schön für gläser oder für den teich das war was ganz anderes und ich finde es auch total faszinierend mit dieser für den sommer mit dieser unterwasserwelt ja es ist so man kommt sich vor wie ein taucher ja aber das ist jetzt so die kleine rückschau da blende ich euch noch mal den video link dazu ein und wir gehen jetzt in den arbeitsbereich und beschäftigen uns mit den schönen gladiolen und wie wir die toll arrangieren können dann gibt es noch mal einen jahr das wurde in den kommentaren gewünscht eine kleine rückschau wir hatten ja die grasflasche die ich gezeigt habe die war ich glaube da war eine pfingstrose drin und ja aus gras wird ja bekanntermaßen heu irgendwann und einer hat gemeint ach die die flasche ist doch eh dann kaputt und nein sie ist nicht kaputt man kann sehen wenn das gras trocknet dann bekommt das heu natürlich etwas mehr spiel man kann die drähte einfach ein bisschen noch mal zusammen drehen ja die den draht nehmen und so verdrehen aber grundsätzlich ist diese grasflasche zwar nicht ganz so hübsch wie am ersten tag aber man kann auch wieder eine schöne blüte einstellen oder man kann ein paar helle bänder drum herum wickeln also so sieht die aus nach wie viele wochen keine ahnung zwei monate drei monate also sie ist immer noch da und das wollte ich doch mal gezeigt haben ja weil das wurde doch in den kommentaren da wurde mehrfach danach gefragt sagt okay kommt ich habe es nur einfach in den letzten videos habe nicht daran gedacht sorry so ja und jetzt geht es endlich um unsere gladiolen ja die haben also so wunderschöne blüten diese tollen langen ja diese wunderschönen langen blüten diese sommerblüten wir hatten ja auch das video mit der weißen glas vase die habe ich einigen von euch auch versendet diese dicke schöne vase inklusive porto 20 euro haben auch einige genutzt und viele erfreuen sich daran und zu der glas vase gibt es jetzt heute die idee nicht mit dem strauß sondern mit dem gesteck weil man kann ja so richtig schön vielfach nutzen dazu nehme ich jetzt erst mal die steckmasse wir haben hier immer einen eimer mit steckmasse wir lassen die so schön im wasser untergehen so gucke ich mal ob ich ein passendes stück habe das sieht doch schon ganz gut aus das ist ein bisschen ein tipp zu flach ja ich kann mal improvisieren dann kann man mal sehen das ist auch gar nicht so schwer ein bisschen zu improvisieren also entweder man nimmt die steckmasse an einem stück was natürlich toll ist und manchmal hat man auch dann so ein restchen und ich genau ich gehe jetzt einfach her so gewinnen ein bisschen höhe hier unten durch so ein kleines würfelchen weil das hat mir ja nicht gereicht sonst und ich schneide diese steckmasse extra eckig warum wenn ich die jetzt wenn ich jetzt rund schneiden würde und ich würde das glas ganz ausfüllen mit der steckmasse dann hätte ich eigentlich gar nicht mehr so viel platz für wasser dazu und deswegen ist es ist es auch in sämtlichen lehrbüchern immer so gedacht dass man steckmasse oder beziehungsweise dass man im glas hier seitlich auch hohlräume lässt damit man wasser füllen kann ansonsten gibt es einfach nicht genügend wasser vorrat für die für die blumen und das ist also genau nach lehrbuch ganz wichtig dass man das so macht ich schneide mal die ecken hier rund und thema steckmasse steckmasse ist auch ganz interessant es gibt einige kunden die kommen immer wieder und kommen mit so einer getrockneten steckmasse die in den gläsern geblieben ist und sagen die können sie doch bestimmt wieder verwenden nein die können wir nicht wieder verwenden und man muss auch mal sehen die blumen sind ja viel viel wertvoller als die steckmasse also es ist das ist nicht hygienisch die blumen halten nicht so gut also es ist ganz wichtig immer frische steckmasse zu nehmen die kann man nicht wieder verwenden ja und viele haben dann tatsächlich so getrocknete steckmasse noch in ihren schränken dann sage ich immer nein das ist das ist nicht gut und würde ich auch immer davon abraten steckmasse wenn man die einweicht das habe ich auch schon mal gezeigt nie unter wasser drücken immer einfach aufs wasser auflegen voll saugen lassen erst mal ein zwei minuten und und dann aus dem wasser nehmen also nicht nicht tauchen weil sonst gibt es hohlräume in der steckmasse und die können sind dann nicht mit wasser gefüllt und wenn der stiel dann eingesteckt wird in so einen hohlraum dann geht die blume einfach kaputt weil sie natürlich trocken ist ich nehme jetzt hier zum abdecken der steckmasse weinlaub weinlaub lässt sich sehr sehr schön verarbeiten machen den schrägen anschnitt mit meinem scharfen floristen messer machen kleinen trick dass dieses dass dieses weinlaub auch unten bleibt machen doch in das ja in das andere blatt und steckt das nächste hier ein und das weinlaub darf natürlich nicht zu groß sein ich darf jetzt mal blätter suchen die bisschen kleiner sind so genau das ist jetzt eine größe die ist ganz schön und kann hier noch einfach mit messerchen ein kleines loch rein wenn man sagt ich würde es auch mal ich würde es jetzt gern fixieren dass das weinlaub nicht ja nicht so absteht dann nimmt man steckdraht macht ein kleines und steckt es so ein und hat sofort die perfekte form und also draht das ist eigentlich auch ganz interessant bei draht hat man ja oft so ein paar stückchen die man abschneidet die überstehen hier sammeln wir unsere träte weil die schmeißen wir natürlich nicht weg so hier sammeln wir die und wenn ich genau so eine arbeit habe wie die jetzt dann kann ich diese kleinen drahtstückchen wunderbar gebrauchen verwende die und kann meine blätter damit fixieren und schon sind sie alle schön ja schön arrangiert dann komme ich zu meinen gladiolen wie schön ich nehme rot rot für den sommer so eine schöne sommerfarbe das ist ja wunderbar die vase die vase ist so hoch dass die fast an die decke anstoßen wir haben diese gladiolen das habe ich auch in einem video schon mal gezeigt wir haben die entspitzt ja das heißt also hier gibt es immer noch ein paar knospen die nicht aufgehen man kann dann einfach hier so was rausbrechen ich habe das jetzt zum zeigen mit einer gemacht dann muss ich die relation zum glas natürlich auch waren das heißt ich kann die jetzt nicht in original länge lassen ja das wäre das wäre viel zu lang und weinbaut lässt sich sehr gut durchstechen das heißt ich gehe jetzt her die hat so eine leichte biegung und ich habe das mit angeguckt und habe das so dass es so zur mitte läuft also alles sollte immer so zu seinem mittelpunkt zusammenlaufen das ist so gestalterisch es ist einfach sehr schön ich stecke es jetzt extra so hier könnte ich jetzt parallel machen ich hätte jetzt aber eigentlich gerne eine gehabt die sich zur anderen seite biegt mal gucken ob die nein die tun wir nicht die tun wir den gefallen nicht egal wir machen das anders schön jetzt gewesen noch eine die sich so rüber biegt ja um eine gewisse haben ja gestalterische harmonie zu bieten aber wir bieten jetzt die gestalterische harmonie einfach indem wir indem ich die andere glatiole parallel steckt das heißt wir haben dann so eine schöne parallel arbeit und ich glaube genau müssen wir die andere seite mal angucken so und man könnte ruhig ne genau ich mach das noch mal ein bisschen anders so mittlere größe hier seitlich nach hinten und dann braucht man braucht auch immer noch mal braucht doch immer noch mal eine kurze blüte dass ein bisschen ruhe in die arbeit kommt und schön wäre natürlich auch muss jetzt noch ein bisschen gerade stecken so und selbst wenn ihr jetzt so was macht wie ich dass ihr die noch mal raus noch mal steckt immer so stecken dass die blüte ganz an der steckmasse ist weil sobald die in so einem luftleeren raum endet bekommt ihr kein wasser und dann geht die blüte kaputt und das ist natürlich sehr schade wir haben sommer und ich finde beim sommer dann dürfen gräser nicht fehlen dann ist es natürlich immer schön gräser bringen so eine lässigkeit so eine lockerheit das ist immer toll und viele wollen auch im winter gräser sein gibt es leider nicht es ist tatsächlich wirklich nur eine sommerarbeit so ist jetzt sehr schön aber hier fehlt definitiv was schönes auf dem boden und ich habe hier als ob sie darauf gewartet hätten ich brauche was was rundes was großes was schönes ist immer toll wenn es in der basis noch ist zum einen natürlich ein bisschen grün so da bin ich jetzt auch mal in den garten gegangen und habe den das ist portugiesische lorbeer ist eine wunderbare pflanze ich liebe sie ich empfehle sie auch sehr gerne meinen kunden den ich jetzt um nehme und man sieht auch die basis sieht gleich viel ja viel harmonischer und runder aus wenn die basis schön ausgegrünt ist und dennoch kann ich mir nicht verkneifen als verbindung zu meinem weißen glas diese weiße hier zu arrangieren und ich finde rot weiß mein mann mag rot weiß so gar nicht glaube er findet es toll ja und dann kann man natürlich noch mal so sommerliche spielereien wie mondkapseln also das sind jetzt getrocknete mondkapseln die haben auch einige von euch sicherlich im garten ich nehme den steckdraht wickle den um die um die mondkapsel und verdrehen wenn man jetzt das gefühl hat dass es mit den mit den händen noch nicht genügend fest genug ist dann nimmt man was ich immer ganz gern mache einfach eine kombi zange und verdreht dreht das noch mal ein bisschen fester das sind jetzt natürlich auch getrocknete stiele so und jetzt ist es auch fest genau und fällt nicht mehr runter das kann man jetzt noch so als sommerliche spielerei kann man diese mondkapseln sehr schön raus laufen lassen hier das ist noch mal so ein gestalterisches element ist und also man könnte auch optional noch zum beispiel eine efeu ranke nehmen die efeu ranke hier um das glas wickeln mit draht aber ich glaube unser glas ist so schön wir lassen das glas jetzt mal so aber das sind auch zum beispiel sehr schöne sachen wenn man eine vase hat kann man auch noch efeu ranke entlang wickeln das wäre eigentlich ein ganz tolles thema für ein anderes video könnte ich eigentlich auch noch mal machen ja und so haben jetzt eigentlich mit wenigen mitteln mit drei gladiolen ein bisschen gras einer lilienblüte wunderschönes ansprechendes gesteck und überall wo man ein bisschen höhe braucht und so eine parallelarbeit sein soll sprich natürlich nicht auf dem tisch wo man drüber gucken will sondern am buffet ja oder am eingang da ist so ein glas mit mit gesteckten blumen mit so langen blumen immer eine ja ja ein richtiger hingucker eine sehr schöne arbeit ja das war es auch schon mit meinem gladiolenarrangement ich hoffe das video hat euch gefallen von den weißen vasen gibt es immer noch schöne bezugsquellen wo ihr steckschaum und draht und so bekommt schreibe ich euch natürlich wie immer rein und ich freue mich dass ihr dabei wart und wünsche euch ganz viel spaß beim nachmachen alles liebe ce 반�omatik gut gut sie auf sie weit ob Musik 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 Musik